So, jetzt neu mit Schütze. Das war ein Panzerschuss. Ja, Panzer voraus. Siehst du den Rauch davon? 12 Uhr. Ja, dann wenn ihr Glückstreffer habt, Feuer frei. Ich bring den MSP mal kurz weg. Fährt nach Osten. Wir warten mal, der wird uns nicht sehen. Ja, der sieht uns nicht. Der fährt aufs Feld. Ich lass ihn mal aufs Feld fahren. Der fährt gleich schön vor uns. Alter, what the fuck? Hier ist ein Titring gewesen. Hier ist Infantrie im Panzer. Ne, ist unsere. Jetzt steht hier genau hinterm Gewächshaus. Ich bring den MSP nach Hause. Ja. Komm schon. Ich kriege das noch. Ich kriege das noch an. Jetzt ist es noch nicht mehr. Ich kriege das noch an. Das ist ein Titring von S1. Da läuft doch Infanträger. Ja, ja, aber ich will jetzt nicht schießen, dann weißt du ja, wo wir sind. Jusch, wartet noch. Ich komme hier zurück. Ich komme schon rück vor. Ja, bewegt sich. Lose sicheren Feuerkontakt. Treffer. Er hat den Motor-Schruttler hier. Noch einen. Gib ihm noch zwei, drei mit. Ein Stückchen höher. Ein Stückchen höher. Sehr schön. Und weg. Sauberarbeit, wurde die getroffen? Einmal. Dann zur Repair Station zurückziehen. Das sind schon auf mich. Also sagen wir nicht weitergehen kann, ich sehe ja ein Tiefen zuviel wie nix. Fisch da. Ja. Jo. Alter, was ist mit diesem Graben los, ne? Stopp, stopp, stopp. Infanterie. Direkt hier, ähm, ein Uhr. Hinter dem Heubold. Ich muss ein Stück zurück. Ich kann die Kanone nicht runter. Kommt noch weiter. Zurück, zurück, zurück. Wie kommen die denn her, ey? Ja, hinter dem Busch schaue ich irgendwo. Dreh dich mal ein Stück nach rechts aus. Direkt vor uns, äh, spawnen die in dem Busch. Da laufen wieder zwei, was fällt. Nach rechts, den Fahrer nach rechts. Stopp. Ich glaube, ich habe das Spawnzelt auch zerstört. Ich habe da eine HE reing... Ne, habe ich nicht. Ja, das Ding, äh, noch nicht hin. Wir müssten Metallgang schießen auf den Infanterie. Ja, ne, da ist irgendwo ein Spawnzelt dahin, wo ich ihn schieße. Das könnte es gewesen sein. Ne, sind immer noch recht. Sollen wir schon näher ran fahren? Äh, fahren wir von links drum zu, dass wir den von links aus, äh, beschießen können. Ich möchte euch sagen, Feind ist im Süden durchgebrochen. Entgeschützelt, nach. Äh, linker Busch, vor uns. Äh, 11 vor 30, der Busch direkt vor uns. Äh, links von nun liegt auch, äh, rechts liegt auch noch einer. Bondsnetz, Bondsnetz. Ich steig raus. Zurück, 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 ich seh nix. Ah, der ist da. Ich blockier. Wer fallen kann, hat auch... Ich könnte schießen jetzt. Ey, was ist jetzt los? Fuck. Ist es Spawnzelt, ist es Spawnzelt? Ja, stopp. Yo, zerstört. Zerstört. Fahrer, stopp. Komm wieder rein. Jetzt kann ich gar nicht schießen. Jetzt sind wir irgendwie aufgebockt, was ist das denn? Fahr zurück, fahr zurück. Ja, Spawnzelt ist zerstört. Okay, fragst doch mal nochmal bitte bei den anderen Truppführern nach, äh, oh stopp, stopp, stopp. Ja. Ich kann nicht schießen jetzt. Stopp. Ich komm ins vorn raus. Stopp, noch weiter vor ans Loch da in der Mauer. Link, rechts, rechts. Ja, ich sehs, ich sehs, ich sehs. Das ist links, 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 links. Stopp, was ist denn? Fahr zurück, eventuell. Die kommen gleich von rechts. Die kommen gleich von rechts. Ja, genau. Die kommen gleich von links. Ja, links sitzen schon hinter der Mauer. ja dann zurück dann müssen wir einmal außenrum fahren dann fallen wir ihn in die seite vor uns infatrischen ja vor uns links links rechts neben uns auch da kommt noch mehr welche richtung die kommen tatsächlich aus dem wald ich beschütze euch da müssen wir aufpassen der gegnerische panzer könnte das ist schon wieder in tristen im wald straße nordwesten lang den turm auf zwischen behalten wir den turm so auf 2 3 uhr oder so oder von wo kommt die ja stopp erwischt weiter vor weiter vor ich kann ja ich müsste es wo nach unten du musst noch zehn meter weiter vor wo es runter geht und stopp fahrt zurück fahrt zurück machen rückwärtsgang die flankieren uns gerade von rechts und nirgendwo ja ich sehe einen hinterm bau fahrt ein stück zurück 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 erwischt noch weiter zurück noch weiter zurück 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 fahrt zurück ich bin tot ich kann euch keine decke mehr gibt dass mal infanterie durch das hier ein riesen angriff kommt fahrt schon 30 Sekunden Da rechts irgendwo Ja da vor uns Ja da vor uns Oh da ist es zu Fahrzeug schießt gut Das nicht mein Abschiedsgeschenk Ja saubere Arbeit Jungs Nice Saubere Arbeit GG